Mit der Reiserouten-Animation zeigen Sie, auf welcher Route Sie gereist sind. Geben Sie zuerst den Start- und Endpunkt Ihrer Reise ein. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche, um einen neuen Ort hinzuzufügen, oder die Kreuz-Schaltfläche, um einen Ort wieder zu entfernen. Die Reihenfolge der Ortsnamen in der Liste entspricht der Reihenfolge der späteren Animation. Klicken Sie auf Linien anzeigen, um alle markierten Orte durch eine Linie zu verbinden, und legen Sie die Linientransparenz, Stärke und Farbe fest. Im Animationsmenü können Sie Ihre Route bewegt darstellen lassen. Wählen Sie ein passendes Objekt aus, das Ihrer Route folgen soll, und legen Sie die Dauer der Animation fest. Überprüfen Sie das Ergebnis mit der Vorschau-Funktion. Wenn die Animation Ihren Vorstellungen entspricht, exportieren Sie sie einfach per Knopfdruck. Der fertige Clip wird direkt in der Zeitachse abgelegt. Ein Untertitelung des ZDF, 2020